Alles, was das Herz begehrt, ja? Und die Leute, die immer reden, wir sind Straße, wir sind Ghetto, wir sind Scheißregister, gar nichts. Die richtige Straße, die liegt hier vor euch. Und meine Komplizin, Frau Tequila, machen wir heute mal Platte am Hauptbahnhof in Heidelberg. Gestern noch im Hotel gechillt, Holländer Hof, direkt in der Altstadt und heute ein Sterne-Komfort auf dem Boden. Platte auf dem Boden. Platte auf dem Boden. Zwischen Schließfisch. Brutal, oder? Brutal. Haben wir einen Zug verpasst, wegen der Streckensperrung. Ist halt irgendwie auf dem Gleis ein bisschen was los, ein bisschen Betrieb. Ist irgendwie ein Zugunfall gehabt. Irgendwie in Flammen aufgegangen, abgefackelt oder irgendwas. Und dann haben die uns hier vom Infopoint nach Weinheim geschickt. Und von dort kam auch kein Zug mehr. Und dann sind wir einfach zurückgefahren und haben mit der Spray-Doser von dem Kerl, der uns das geschenkt hat am Mittag, wo diese Ukraine-Flagge gemacht hat. Wir haben auch noch mal ein fettes Tag unten am Skatepark gemacht bei der Brücke von Neckar. Und dann waren wir im Neuenheimer Feld, haben uns das Uniklinikum mal angeschaut, das Gelände. Das ist ja riesig. Da sind ganze Wohnblöcke mit Studenten, die dort wohnen. Deutsche Krebsforschung, Gentechnik, Kopfklinik, alles vom Feinsten. Alles neue, modern, Hightech. Sowas habe ich noch nie gesehen. Ja, und da ist der Zoo und der Heidelberger Rugby-Verein, Rugby-Club und die Deutsche Jugendherberge. Aber die haben schon zu gehabt. Nachtschall hat auch nicht aufgemacht. Und somit doch mal die Platte hier. Platte am Hauptbahnhof. Das ist Street-Survival-Shit. Okay? An alle, die groß reden, wir sind Gangster, wir sind Straße, ihr seid gar nichts. Ihr könnt nicht mal zwei Stunden auf der Straße überleben. Ich habe mir hier eine Matratze angeschafft. Platzi weiß nämlich, wie man auf der Straße überlebt. Okay? Und an alle, die viel Scheiße verlabern. Scheiß auf euch. Ihr habt nämlich gar keine Ahnung, wie es läuft. Platze ist so auf der Straße wie Indiana Jones im Dschungel. Und in diesem Sinn, checkt's aus. Seht gespannt. Bei meinen Videos. Hier. Street-Survival-Shit. Checkt's aus, TV. Platze. Ooh. tout platz. 1 2 3